Hallo und herzlich willkommen bei Windows Power. Mit einer kleinen Erweiterung kannst du dir die aktuelle Kalenderwoche hier unten an der Taskleiste anzeigen. Wie das geht, zeige ich dir. Schön, dass du dabei bist und wir legen sofort los. Du brauchst eine kleine Erweiterung, damit die Kalenderwoche hier unten an der Taskleiste angezeigt wird. Und zwar du besuchst diese Seite, den Link tue ich auch gleich in der Beschreibung rein und ladest du die Kalenderwoche hier runter. Ich habe das schon gemacht und zwar brauchst du jetzt eigentlich nur Installation durchzuführen. So, dann machst du mal Next, Install. So und jetzt siehst du hier unten an der Taskleiste die aktuelle Kalenderwoche. Sollte das bei dir nicht sofort angezeigt wird und hier angezeigt wird, dann klickst du mit der rechten Maustaste in Taskleiste Einstellungen auswählen und gehst du hier auf andere Taskleiste Symbole und hier kannst du nämlich bestimmen, ob die Kalenderwoche angezeigt wird. So, das war's von mir. Ich hoffe, dass diese kleine Tipp dir geholfen hat. Über ein Abo würden wir uns freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.